Für mich ist das ganze Konzept sehr speziell. Ich habe das noch nie gesehen. Ich bin viel an Messen, viel unterwegs und als ich den dann selber mal angezogen habe, dann habe ich gesagt, das gibt es gar nicht. Ich sehe da wirklich ein großes Potenzial in dem Helm. Ich denke, der Hauptpunkt der Unterschiede mit dem Vos Helmet ist, dass es eine sehr nahe Belleöffnung hat. Und in den Traditionen Helmets haben Sie eine ganz breche Belleöffnung, um die Helmets zu haben, um die Helmets zu ziehen. So, das Helmets kann nicht auf die Hände in dieser Richtung gehen. So, was das wirklich bedeutet, ist, dass die Helmets auf die Hände ist, es wie eine tow-bar auf die Hände auf die Hände. So, was wir tun mit dem Vos Helmets ist, dass es ein Lock auf die Seite des Helmets. Open die Helmets, Feed die Face in die Chin Cup, wie Sie hier sehen. Wir gehen auf die Hände des Helmets, und dann klicken wir das Helmets. Inside, Sie haben eine Chin Cup, die vollständig adjustabel ist. Und hinter jedem Cheekpad, wenn wir einen Blick auf die Hände sehen, Sie sehen, dass es ein kleines Adjustment-System ist. Und es ist ein One-Off-System, Sie müssen das niemals wieder tun. Die Mark ist der Verkäufer, er lebt das Produkt voll. Und ich glaube, das braucht es. Wir brauchen die Emotionen in unserem Geschäft, sonst kommen wir nicht voran. Und hier ist wieder etwas ganz Neues, und danach habe ich immer gesucht. So, wir haben einen Händen Rider. Wir müssen den Helmets auf relativ schnell, und wir müssen den Rider accessen. Es ist nur eine Person hier. Es ist mir. Wir nehmen den Helmets, wir openen den Visor, pressen die zwei Locken, releaseen die Chin aus der Chin Cup, und wir haben voll accessen zu den Rider, ohne seinen Händen. Brillenträger, für die ist es sicher ein riesen Vorteil. Ich sehe Tourenfahrer, und wenn er dann noch die ganzen Homologationen schafft auf die Strecke, kann das sogar auf der Strecke ein Thema werden. Von der ganzen Sicherheit, wie man ihn abzieht und so, wirklich ein grosses Thema. Wir Schweizer sind da sehr vorsichtig, wir fangen klein an, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass das sich durchsetzen kann. Es wird eine Nische bleiben, weil das Gewohnte mit dem Riemen ist einfach noch da, aber wie immer, es braucht einen Moment, und dann kommt das. Und hier sehe ich auch, dass das wirklich ein Thema sein kann.